Tja, 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 Tja Vielen Dank für's Zuschauen! Vielen Dank für's Zuschauen! Vielen Dank für's Zuschauen! Good evening! Good evening! Correct, yes! Oh my god! Why are you asking these questions? Yeah, I mean, you know in terms of, it was a South film, it was a Telugu movie and it had an easy release and it did really well. In fact in its first week I think it made 104 crores which was massive. So it always feels good to have a success whatever the language may be. No, we didn't even look at it that way. I'm just glad people enjoyed the film. Whip? Yes, please. Yes, please. You're talking about what do you feel like? Of course, we're in a country where in a way we still have our freedom. Und ich denke, das ist auch ein Verständnis. So, natürlich, du kannst dein Land immer besser sein. Aber ich fühle mich frei, natürlich. Wie ist das? Ich denke, es ist eher mental, eher physisch. So, wenn du zu viel denkst, dann kann das auch ein bisschen halten. Ich denke, ich möchte etwas besser. Ich wünsche euch allen ein sehr, sehr Happy Independence Day. Jai Hin. Jai Hin.